Ihr habt keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wenn es funktioniert, dann ist das ein Geniestreich. Prost! Muss man das jetzt eigentlich machen? Scheiße! Nicht langsam! Du klingst wie... Du klingst wie... Ich klinge den Arm. Du klingst wie... Oh, lass uns verkehrt! Lass uns verkehrt! Oh Gott, du klingst wie... Du klingst wie Ar... Du klingst wie Ar... Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Okay... Ich komm nochmal... Ich trau mich nicht an... Okay, okay, okay... Ich will das mal aufbewerten... Es ist scheißegal wie das schmeckt... Also... Okay... Nochmal... ... Ich trau mich nicht an... Ich trau mich nicht an... Oh... Oh... Ich brauche dich an... ... Wie du klingst! Machen wir jetzt nicht mehr los! Oh Gott! Es schmeckt ein bisschen Talgierchen, ein bisschen nach Glätzchen. Komm, trinken, sonst ist es weg. Na ja und dann klingt... ...das klingt... Es klingelt nicht! Es klingt nicht frisch! Es klingt nicht frisch! Sag doch mal! Es klingt jetzt... Es klingt nicht frisch! Es klingt nicht frisch! Es schmeckt irgendwieoses! Ich habe mir jetzt mit Jalzy gar nie wieder geschmeckt! Das ist die Verragung. Herr Rütze! Komm Rütze! Herr Rütze! Herr Rütze! Herr Rütze! Herr Rütze! Oh my god. Oh my god! Don't kill me! I would've got one! Herr Rütze! Herr Rütze! Aufhören! Cut! 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 Cut!